Männöblich ist er noch, Schenkulus! Angefangen mit Nummer 4, Rubey Dorel! Ist nicht da, ich muss nicht, ich hab's nicht gesehen gehabt. Dann geht's weiter mit Nummer 5, Karol Jusifian! Mit Nummer 7, Theo Björnides! Und mit Nummer 8, sein Bruder Joshua Dammel! Und mit Nummer 10, Fabian Brecht! Und mit Nummer 10, Adel Becker! Und mit Nummer 8, Fabian Brecht! Und mit Nummer 12, Alex Karakinis! Und mit Nummer 14, Stefan Hermanns! Und mit Nummer 15, Olaf Roste! Und mit Nummer 21, er ist wieder bei uns, Terry Hortel! Mit Nummer 20, Tyler Katern! Und mit Nummer 24, Thomas Muller! Und mit Nummer 25, Thomas Purzel! Und ich wünsche jedenfalls zum ersten Riesboden-Aufflaus für unseren Freiburg-Saludern wieder zu uns zurückgekehrt, das Liga-Spieler, Sonnenblatt-Coach, Matthias Grote! Und ich wünsche euch auch einen Applaus mit dem Bündner-Sidenten-Coach, Sebastian Kotli! Super! So, Jumpy will hier natürlich heute mit für Stimmung sorgen, wie immer, aber Stimmung reden! Und da bin ich jetzt ganz froh, hier anzukommen, nebenher. Herzlich willkommen hier bei uns. Ich wünsche mir immer wieder eine schöne Default-Sache. Wollt ihr keine Ahnung geben sie auch, ihr könnt zum Besten. Bitte einen Riesenapplaus für die Red Sparks!